Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Train Fever, hier live aus Ranzau. Und da schnauben sie schon wieder, oh da schnauben sie sogar zu zweit. Ja guck mal einer an, das ist ja schön. Gleich mal gucken statt reden. Ja, herrlich. Und hier mit dem Blick auf unsere neue Kirche. Und da gibt es noch einiges zu tun. Nämlich, ähm, erstens hat, ja ich mach mal schnell Pause, die Kirche hat Strom. Das wäre jetzt an und für sich wahrscheinlich kein Drama, aber, ja, die Bäume haben Strom. Ich habe mal wieder mit Oberleitungen gebaut. Die Gleise, danke für den Hinweis, das werden wir natürlich reparieren, korrigieren. Mit Freude, denn, ja, Bäume brauchen bekanntlich keinen Strom. Im Kommentar stand noch, warum denn die Kirche Strom braucht. Ich denke, die Leute haben auch ganz gern mal eine Heizung. Und ob jetzt die Glocken heutzutage ohne Strom funktionieren, weiss ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass da einer zieht am Seil. Haben wir alle weg? Oder ist hier irgendwo noch ein Strommast? Ne, sieht nicht so aus. Gut, aber hier hinten natürlich. Ne, hier auch nicht. Na, dann ist das ja gut. Aber hier haben wir noch ein Stück Gleis. Da gibt es jetzt noch einen Baum rauf. Im Prinzip hätte ich natürlich auch einfach ein kleineres Stück Gleis nehmen können. Ich denke, die Mod hätte man trotzdem raufstellen können. Das denke ich nicht nur, das ist wahrscheinlich auch so. Wir machen jetzt hier aber gar keine grossen Manöver. Oh, guck mal. Das kann man sogar drehen. Das wusste ich gar nicht. Hier den Wald. Je nachdem, wo man mit der Maus ist. Sehr schön. Wie stellen wir das denn hin? Ja, achso. Eben. Oh, das ist ja aber nett. Dann gibt es hier auch noch Bäume. Abseits des Gleises. Sehr schön. Wie gesagt, wir machen hier keine Manöver. Jetzt hier vielleicht noch irgendwie so einen Baum. Denn es geht nochmal darum, das Gleis da sozusagen zu verdecken. Na, noch so einen kleinen. Der geht genau da nicht hin. Oh, so einen grossen. Aber so einen kleinen hätte ich hier doch noch gerne. Genau. Jetzt hätte es fast geklappt. So. Gleis sieht man nicht mehr. Wunderbar. Denn ja, ich denke, wir werden dann, sobald wir mal dazu kommen, hier noch ein paar Gleise legen. Dann können wir da noch Bäume rauf machen. Dann hat diese Kirche ein schönes Kleidchen sozusagen. Gut. Jetzt stimmt noch irgendwas mit dieser Route hier nicht. Danke für den Hinweis. Das sind diese Busse. Das ist Linie 125. Jetzt lädt mal wieder. Das ist eines der Hobbys dieses Spiels. Mö, 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 mö. Na. So, jetzt haben wir es. Dankeschön. Und zwar haben wir hier die Kirche nur einmal drin. Den Kirchenweg. Sieht man hier. Die Kirche wird eigentlich nur auf dem Rückweg angefahren. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier oben stimmt auch noch was nicht. Das gibt einen Stau, wenn da voll laden. Der Fracht steht. Das ist auch richtig. Jetzt muss ich schnell gucken. Hier hinten fangen wir an. Also das geht von Randzau, Haltepunkt. Hier zum Grünweg. Dann haben wir hier unten sowieso eine Haltestelle vergessen. Sehe ich gerade. Auch noch. Okay. Das wäre dann nach dem Grünweg. zum Imwinkel. Von Imwinkel zum Kirchenweg. Die 5 wäre der Schulweg. Die 6 der Gartenweg. 7 Beethovenstrasse. Dann geht es wieder zum Bahnhof. Das wäre dann die 8. 9. 10. 11. Das wäre die 12. Das stimmt. Und jetzt wird es hier unten nicht stimmen. Genau. Da machen wir jetzt noch die 13. Na nun. Jetzt wird es die 5. Was? Wie wo? 13. Das müsste doch jetzt eigentlich die 14 geben. Oder war ich hier am falschen Ort? Moment. Den Winkel, den entfernen wir. Nach dem Kirchenweg. Jetzt stimmt es. Okay. Dann wird es die 13. 12. 13. Dann wärst du noch die 14. Und dann wärst du hier eigentlich. Ja. Ne. Das stimmt. Wir sind am Ende der Strecke. Grüner Weg. Ranzau. Dann geht es vom Grünweg. Hier wieder nach Ranzau. Genau wie sich das gehört. Dann passt das gut. Haben wir das korrigiert. Und jetzt gab es noch einen Vorschlag. Dass wir hier noch einen Tram fahren lassen. Und zwar ein altes. In Doppeltraktion. Das können wir natürlich machen. Ich möchte hier oben kein modernes Tram. So wie wir sie hier unten haben. Sieht man die gerade irgendwo. Hier sind sie. Genau. Denn diese. Ja. Diese Strassenbahn. Die ist dafür da um Personen zu befördern. Blöd gesagt. Und das hier oben ist eher so ein bisschen. Eine schöne Ausflugsstrecke. Meiner Meinung nach. Deswegen brauchen wir hier oben keine moderne Strassenbahn. Sondern eine alte. Jetzt müssen wir aber erstmal die Schienen legen. Und einen neuen Zug gibt es natürlich heute auch noch. Das werden wir noch reinkriegen. Da gab es auch die Frage. Warum in der letzten, vorletzten Folge keine neuen Züge kamen. Ja man muss auch mal was anderes machen denke ich. Man kann jetzt nicht. Ich kann nicht die nächsten 10 Folgen damit verbringen. Immer neue Züge da auf die Linie zu packen. Sondern das passiert jetzt nach und nach. Und so ist es dann eben auch mit euren Zuschauernwünschen. Vielen Dank dafür. Das sind ja Unmengen inzwischen. Da müssen wir noch eine neue Güterstrecke bauen. Sehe ich kommen. Ehermann ist der Platz erschöpft da hinten. Ja. Das werden wir aber zur Not machen. Also ich versuche natürlich. Ja genau. Leg doch ein Gleis hier hin. Warum auch nicht Herr Heisenberg. Ich werde versuchen möglichst alle Wünsche natürlich umzusetzen. So. Nein. Das müssen wir so machen. Jetzt habe ich es. Genau. Denn mit diesem Tram. Ich möchte noch erst kurz wegen den Wünschen. Eben. Das mache ich nach Eingang. Nach Eingang des Datums sozusagen. Der Fairness halber. Das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Aber es kam dann trotzdem ein, zweimal die Frage. Hast du schon? Hast du schon? Nein. Habe ich nicht. So schnell kann ich nicht. Das geht nicht. Das wird jetzt nach und nach geschehen. Ähm. Jetzt muss ich aber doch noch hier schnell gucken. Wo wollen wir überhaupt lang? Die Idee ist eigentlich. Ähm. Hier raus. Haben wir hier Gleis? Hier haben wir Gleis. Hier raus. Und dann hier hoch. Machen wir es doch aus der Richtung. Aus der wir dann wirklich auch kommen. Dann geht hier auch nichts vergessen. So. Hier durch. Das gibt sowieso nur zwei Haltestellen. Nämlich bei der Kirche. Und beim Trambahnhof. So. Haben wir die alle. Hm. Und wie runter jetzt hier. Möglichst gerade. Das ist noch schwierig bei so vielen Kurven. Aber wenn wir hier gerade ausfahren. Können wir hier runter. Und hier unten. Da können wir so durch. Und hier wieder hoch. Okay. Das machen wir so. Also. Hier gerade aus. Habe ich gesagt. Dann hier runter. Noch eins. Noch eins. Dann haben wir hier eine gerade Strecke. So. Und hier wieder hoch. Über die Brücke zurück. Da treten wir dann ein bisschen in Konkurrenz mit den Bussen hier. Das macht nichts. Denn dieses alte Tram befördert ja nicht Unmengen von Passagieren. Sondern. Ja. Jetzt stimmt es eigentlich. Sondern dient. Ja. Einmal mehr optischen Zwecken. Damit das hier wirklich gut aussieht. Okay. Eine Linie brauchen wir natürlich noch. Das wäre dann eine neue Linie. Auch die sucht er. Interessanterweise. Einfach neu. Neue. Na. Jetzt hat es geklappt. Dankeschön. Alte Stelle hinzufügen. Das wäre dann von hier. Ransau Transfer. Nach hier oben. Nein. Nicht kopieren. Hinzufügen. Ne. Hallo. Muss man das erstmal wieder neu anklicken? Tatsächlich. Ne. Da hat er das hier unten nicht genommen. Was habe ich denn jetzt da angestellt? Jetzt haben wir dafür ein Loch. Hier ist ein Loch. Na ja. Jetzt ist das Loch weg. Je nachdem von wo man guckt. Okay. Linie 126. Machen wir zu. Kaufen das Tram. Dann nehmen wir mal. Alt dieses. Das wäre das hier zum Beispiel. Das wäre alt. Der Rest ist eher modern. Ja. Nehmen wir die. Gut. In Doppeltraktion. Geht das bei den Strassenbahnen? Das geht irgendwie gar nicht. Wie kriege ich denn jetzt das hier rauf? Fahrzeug selektieren. Fahrzeug verkaufen. Ne. Mit selektieren ist es nicht getan. Okay. Diese beiden alten gehen nicht. Und das sind dann die neuen Mirage. Ja. Und die sind mir schon wieder zu lang. Ich muss sagen. Ich bin irgendwie sowieso. Ich würde sagen. Nicht Doppeltraktion. Warum eben? Ja. Das soll gut aussehen. Das soll klein sein. Hübsch sein. Wenn es hier durchfährt. Wie kriege ich dich wieder los? So. Okay. Dann hätte ich gerne nochmal. Drei Stück. Und als Linie hätten wir die 126. Dann lassen wir mal laufen. Und gehen gucken. Ob das denn auch klappt. Aber das müsste ja. Raus kommt ihr hier oben. Ah. Schön. Städtisches Strassendepot. Nett. Ich mag das einfach irgendwie. Dieses. Hier ist eine Strasse. Das ist ein Gleis. Hier ist eine Strasse. Und das alles oberhalb von der Stadt. Mein Herz schreit hier geradezu nach der Schneemord. Die müssen wir dann auch wieder mal installieren. Denn das sieht wahrscheinlich auch klasse aus. Aber dafür haben wir noch einen Moment Zeit. Der Winter steht sowieso vor der Tür. Dann passt das auch ordentlich Betrieb. Hier auch mit den Strassenbahnen. Sehr schön. So. Und ich glaube da müssen wir jetzt nicht allzu lange zugucken. Was wir vielleicht noch machen müssten. Hm. Wir müssen die eigentlich manuell takten. Denn bei zwei Haltestellen werden die sich nicht auseinander dividieren. So wie das eigentlich gewünscht wäre. Dann haben wir drei Strassenbahnen die einander folgen. Wobei. Ne die wartet hier eigentlich. Gut erzogen. Ist der Abstand halbwegs vernünftig? Hm. Aus dem Tunnel. Ins Tunnel. Ja. Halbwegs vernünftig. Ja. Ich mache mal hier ganz kurz warten. Dann können wir hier wieder mal. Ein bisschen ins Städtchen reingehen. Spazieren. Ist schon auch ordentlich gewachsen. Ein heiliges bisschen. Wenn ich dran denke wie klein dieses Jahr. Das war ein Dörfchen. Ich habe es nicht umsonst immer liebevoll Bergdörfchen genannt. Da ist nun doch einiges los mittlerweile. Was Züge anbelangt. Und natürlich auch Busse und Strassenbahnen. Sehr schön. Richtig belebt. Viele Leute unterwegs. Hier am Bahnhof ebenfalls. Von hier oben kommt noch der IC3. Cool. Wir lassen dich mal laufen. Denn dann können wir nämlich hier noch schnell dem IC zugucken. Wie der an der Kirche vorbeirauscht. Schöner Kontrast zur Kirche. Das hat einfach. Ja. Es hat halt einfach was Gemütliches. Es ist halt einfach meine kleine Modelleisenbahn. Oder unsere kleine Modelleisenbahn. Die gehört ja dann doch nicht nur mir. Ihr nehmt ja hier immer schön teil. Am Bau und am Zugucken. Das freut mich natürlich sehr. So. Ein Passagier. Okay. Das ist noch ausbaufähig. Was war das für eine Linie? Moment. 75. Okay. Oh. Ja. Von Randzau wollen dann doch ein paar Leute runter nach Krumstedt. In die andere Richtung funktioniert es noch nicht so richtig. Aber in die dafür umso mehr. Sehr schön. Dann kriegen wir hier auch die Leute wieder ein bisschen weg. Denke ich mir. Haben wir jetzt hier schon eine Strassenbahn? Jawohl. Mit offener Tür. Ja. Jetzt sind wir genau eine Ecke zu spät gekommen. Dahinter ist schon der Bus. Da wird kaum jemand drin sitzen. Nein. Wie gesagt. Das ist natürlich auch in dem Sinn keine wirtschaftliche Strecke. Halt. Fehler. Moment. Du sollst hier nicht drehen. Ich habe. Habe ich dich doch gerade erwischt. Ja. Jetzt kommt wieder das Suchen. 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 Da. Da haben wir einen kleinen Fehler drin. Also das ist nicht ein Fehler. Aber ich hätte natürlich gerne, dass die hier hinten durchrauschen. Ich denke, da machen wir am besten noch kurz eine Haltestelle. Hier hat es keine Gleise. Hier hat es Gleise. Dann hältst du. Hier auch noch. Genau. Hier oben. Mal schnell gucken. Wir schicken die natürlich nicht mehr retour. Also rückwärts zurück auf der Strecke. Wie eine normale Busstrecke oder eine normale Strassenbahn. Sondern das soll eine Rundfahrt geben. Das gibt auch eine Rundfahrt. Zumindest wenn ich hier der Linienkennung, Linieneinzeichnung vertrauen kann. Das kann ich. Ja. Das passt. Was machst du jetzt? Du könntest eigentlich wenden. So. Da musst du aber. Jetzt haben wir es doch wieder ein bisschen zu sehr aufeinander. Dann wartest du mal. Die hier hinten hat die Allnächstes auch gewendet. Die hat auch gewendet. Du kannst gleich nochmal wenden. Das ist ja wie in der Schule. Man muss die ganze Zeit gucken, dass alles artig funktioniert. Und jeder artig funktionieren tut. So. ICE3. Nochmal schnell gucken. Bevor wir dann die Strassenbahn wieder laufen lassen. Und dann weiter ziehen. Mal wieder für einen Moment. Aber ich muss sagen. Mir hat es gefallen hier. Ich finde das eine. Eines der schönsten Plätzchen auf der ganzen Map. Mit diesen vielen Zügen. Da kommt noch der Rab. Ab. Ehrlich. Gut. Angehalten. Eicht. Fahren. Halt. Fahren ist. Wo war denn gleich nochmal fahren? Hier. Hier. Wo ist das andere Tram? Da hinten? Ja. Das passt. Gut. Bestens. Jetzt mache ich mal ganz schnell auf Pause. Denn wir müssen. Ja. Forsttechnisch eingreifen. Sozusagen. Äh. Das ist hier lang. Hier rüber. Hier unten soll es in der Grube Bäume haben. Auf den Schienen. Und siehe da. Tatsächlich. Wie geht das denn? Sag mal. Und vor allem die viel schwierigere. Schwerwiegendere Frage ist. Wie kriege ich euch wieder weg? Was macht ihr denn hier? Was soll denn der Mist? Das hatte ich jetzt auch noch nie. Das wird mit dem Bagger. Ne. Mit dem Bagger geht es schon mal nicht. Okay. Hm. Landschaftsverformungen machen. Das müsste was bringen. Oder eine Schiene legen. Wenn ich hier eine Schiene hinlege. Ja. Okay. Die sind weg. Dafür sieht es jetzt hier irgendwie doof aus. Na. Da kann man nichts mehr machen. Aber ich muss sowieso die Schienen hier auch wegnehmen. Das geht gar nicht anders. Wenn hier Bäume sind. Gut. Da war noch ein Signal. Von dem Bahnhof. Und die Bäume haben wir immer noch. Na. Ihr seid mir ja. Ne. Okay. Nochmal ein Gleis. Ah. Okay. Und schon haben wir sie weg. Dafür haben wir jetzt hier ein schönes Hindernis eingebaut. Einen Huggel. Dann müssen wir den Huggel wieder wegnehmen. Sonst kommen wir da mit dem Gleis nicht wirklich durch. So. Und nicht mit dem kleinsten Tool. Das ist auch nicht unbedingt nötig. Dann ein bisschen angleichen. Den ganzen Spass. Und denke mal den Rest machen dann die Schienen wieder. Jetzt haben wir hier ein bisschen Natur reingebracht. In diese Schlucht. Okay. Kann ich die Schiene schon legen. Nehmen wir mal an müsste gehen. Jawohl. In die andere Richtung geht es wahrscheinlich auch. Aber nur in zwei Schritten. Gut. Haben wir alle Bäume erwischt. Ja. Diese kleinen Schlingel. Heiliges Bisschen. Einfach in der Luft. Okay. Gut. Jetzt haben wir noch eine Korrektur auf unserer Güterstrecke. Bevor wir dann. Ja. Das müsste doch noch reichen. Bevor wir noch einen neuen Zug kaufen. Ich muss jetzt nur schnell gucken wo dieser Zug ist. Das ist unser Öler. Ähm. Ja. Da gibt es einen Zug. Eigentlich stimmt er ja so. Aber da gibt es halt noch eine Korrektur. Oder mehrere Korrekturen. Da ich den sowieso ändern hätte müssen. Hat dann der Wunschsteller. Sozusagen. Jetzt bin ich falsch gefahren. Moment. Hat der Wunschsteller dann das Ganze nochmal angepasst. Ja. So dauert es mir zu lange. Da müssen wir die Linie aufrufen. Das war die 82. Dann können wir den ja so rausziehen. Na. Jetzt dauert es wieder 10 Stunden bis er die 82 geladen hat. Das muss er gar nicht. Äh. Das ist eh der Zug. Das ist ja praktisch. Der wartet sowieso gerade auf freie Wege. Hä. So. Wo bist du denn? Äh. Hier hinten. Okay. Da wäre es vielleicht ganz gut. Wenn wir hier ein Depot machen. Das ist der Rückweg. Jetzt. Jetzt habe ich die ganze Zeit gedacht. Wo zum Henker ist der denn? Okay. Alles klar. Der ist auf dem Rückweg. Hier sind die 5 Brücken von Krummstedt. Und hier ist ein anderer Zug. Deswegen wartet der. Wir lassen mal laufen. Damit der Zug vorbeiziehen kann. Mit seinen beiden schönen Dampfloks. Nett. Einmal mehr einfach nett. Okay. Ähm. Du fährst hier lang. Dann stellen wir dir doch schnell ein Depot hier hin. Das sieht immer gut. Ah. Moment. 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 Stopp. Jetzt darf er fahren. Dann müssen wir das Depot hier ein bisschen. Ja. Wir müssen es halt so hinstellen. Dass er es auch erreichen kann. Gar nichts grosses. Ja. Jetzt ist ein Fahrzeug im Weg. Okay. Dann verschieben wir das um ein paar Meter. Kriegen wir das hier hin. Hier kommt ja dann der Bahnhof irgendwann. Der schwingt hier. Okay. In den Wald rein möchte ich dann doch nicht. Kann ich das hier hinstellen? Ne. Denkste. Das ist dann allerdings ein bisschen doof. Das ist halt die gleiche Schiene. Und ich kann jetzt hier natürlich keine Weiche bauen. Um die Schiene sozusagen zu trennen. Da das Fahrzeug auch so im Weg ist. Dann lassen wir dich halt ein paar Meter fahren. Aber ich möchte jetzt hier nicht zu lange dran rum machen. Denn ich möchte noch einen neuen Zug kaufen. Wie gesagt. Ich möchte hier nicht in den Wald rein. Denn da ist schon ein Bahnhof. Das geht auch nicht. Ja. Ah. Okay. Dankeschön. Dann machen wir das Depot hier hin. Das ziehen wir ein bisschen raus. Damit der Zug in beide Richtungen wegfahren kann. Das ist jetzt eine moderne Strecke. Das möchte ich eigentlich nicht. Strom passt. Modern muss es nicht sein. Das ist ja auch sowieso nur ein Depot. So. Und jetzt mal gucken. Das müsste in zwei Schritten zumindest machbar sein, dass wir hier wieder reinkommen. Ja. Komischerweise geht es direkt hier nicht. Wobei. Moment. Ne. Man muss es in zwei Schritten machen. Ich mache das ein bisschen enger. So eng wie es irgendwie geht. Damit hier auch nicht die ganzen Bäume wieder wegkommen. So. Dann kannst du hier wieder rein. Gut. Habe ich jetzt hier wieder modern. Tatsächlich. Allen Ernstes. Wieder modern gebaut. Okay. Jetzt haben wir nicht mehr modern. Strom haben wir. Das passt. Dann können wir dem Zug hier sagen. Wir lassen mal laufen. Bitte ins Depot. Gut. Dann kann der. Oh. Ja. Vielleicht müssten wir noch. Okay. Das ist aber schön wie er artig folgt. Denn ein Depot bräuchten wir dann ja dann doch auch noch. Und zwar. Ich habe gesagt nichts Massives. Wir nehmen mal dieses schöne kleine hier. Gut. Jetzt müsste es klappen. Ich hoffe mal er schnallt das immer noch. Nicht dass er jetzt darauf programmiert wurde. Das nächste beste Depot anzulaufen. Und das ist dann halt ganz woanders. Und erst nachdem wir ihm gesagt haben. Dass er ins Depot soll. Ja. Jetzt kommt mal ein Strassenfahrzeug. Ähm. Hat er dann sozusagen dieses Depot bekommen. Dass er das dann nicht mehr schnallt. Na. Du solltest jetzt hier links abbiegen. Bitte schön. Hm. Ja. Da hatte ich dann wohl recht. Wisst ihr was? Ich hoffe es ist niemand böse. Wir ersetzen diesen Zug. Also wir ersetzen den nicht. Wir korrigieren den in der nächsten Folge. Denn ich möchte wirklich wie ich versprochen habe noch einen neuen Zug für diese Linie kaufen. Das war jetzt ganz interessant. Gut. Und um einen neuen Zug zu kaufen müssen wir nach da hinten. Beziehungsweise müssen wir nicht. Wir könnten den auch hier kaufen. Aber ich mache das lieber am Anfang der Strecke. Wir werden jetzt aber noch ganz schnell hier dieses Fahrzeug ersetzen. Und dazu muss ich natürlich wissen was das Fahrzeug macht. Hobbymässig. Nein. Eher beruflich. Wahrscheinlich auf Linien warten die aufgerufen werden. Hallo. Dankeschön. Also dieses hellblaue Ding. Hm. Geht nach hier hinten. Und dann hier hin. Und okay. Das sind dann wohl Güter. Die hier in die Strasse. Äh in die Strasse. In die Stadt sollen. Genau. Gut also. Fahrzeugersatz. Wir haben hier eh wieder ein Fahrzeug. Das wäre allerdings mit Kohle beladen worden. Das hätte dann nicht gestimmt. Okay. Ja. Bestens. Gut. Jetzt Bahnhof finden. Ist der nicht eh hier in der Nähe? Wie gucken wir denn? Äh. Teilweise. Ich bräuchte echt einen Kompass. Damit ich. Hier ist Wettringen. Dann ist da vorne. Ruckel Ruckel Weisswasser. Dann ist doch hier hinten hier Mutterbahnhof. Da unten ist er. Sehr schön. Gut. Neuer Zug. Ich hoffe ich muss nicht drei Tage und vier Nächte suchen. Das ist jetzt halt einfach ein Zuschauerwunsch. Äh. Der Nächste. Frühe. Der kam sozusagen. Äh. Ist relativ gut beschrieben zum Glück. RE44. Das ist ein kleiner Tipp. Beide Knallrot. Mit Strom. Lokomotiven. Äh. Und. Eher am Anfang der Liste. Da haben wir es ja. Das ist RE44. Da ist noch eine. Die hat einen anderen Namen. Da ist noch eine. Das sind ja drei. Welche möchten wir denn jetzt? Stehen tut hier. RE44. Und RE66. Aha. Wo haben wir denn die RE66? Die haben wir hier. Ach. Ich würde mal sagen. Wir nehmen. Ach so. Die ist rückwärts. Okay. Dann nehmen wir doch die Porrentrui. Und die roten Turm. Beide. Da wir sowieso eine Vierertraktion machen. Und die Vierertraktion sieht so aus. Zuerst. Vier, vier. Dann 66. Vier, vier, sechs, sechs. Also. Vier, vier. Sechs, sechs. Mal rüberziehen. Äh. Doch. Hier. Dann. Was haben wir hier? Dann die roten Turm. Habe ich jetzt die andere genommen hier? Äh. Äh. Ja. Passt. Gut. Und nochmal die 66. Auch rauf. Das gibt wieder eine fette, fette Komposition. Hm. Also. Und als Wagen. Während die Güter Container Flachwagen. Da muss ich mal gucken. Ähm. Wagen. Güter. Container Flachwagen heissen die. Okay. Das müsste ja irgendwo zu finden sein. Meine Güte. Bin ich dankbar. Für diese Reiter hier oben. Das sind die hier nämlich an. Äh. Oder sind es die? Nein. Ich habe hier ein Bild neben mir. Das sind schon die. Die hier. Genau. Die SGNS. Nicht die hier unten. Sondern die. Das sind eigentlich alles. Ich denke mal die gehören alle dazu. Alle diese SGNS. Okay. Dann nehmen wir davon. Mal. Eine ganze Ladung. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf Stück sind das. Ich mache aber trotzdem kurz Sicherungsspeicherung. Sorry. Irgendwie sagt mir. Eine innere Stimme. dass ich schon mal Probleme hatte mit diesen Waggons. Wir versuchen es jetzt mal. Wir haben hier Rot. Dann nehmen wir erstmal die andere Farbe. Einmal. Zweimal. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. So. Ich denke das ist mit den Lokomotiven zusammen. Dann bald der längste Zug. Ja. Vielleicht nicht ganz. Aber er gehört sicher eher zu den langen. Gut. Linie zuweisen. Weiss jemand was das für eine Linie war? Ja. Der Herr Heisenberg. Ich strecke mal auf und sage. Die 82. He. Man muss ja ein bisschen angeben. Wenn man schon weiss. Gut. Lassen wir laufen. Machen zu. Gucken mal. Ich hoffe das ist so. Wie sich der. Wünschen der sich das gewünscht hat. Ja. Von da hinten kommt ein Zug. Da kommen wir natürlich jetzt hier mit unserer neuen Komposition nicht rein. In den Bahnhof. Aber dann gucken wir hier mal zu. Auch schön. Der kommt mit ordentlich Pfeffer daher. Also mit diesem vielen Wagen hinten dran. Der muss ja gute Bremsen haben. Wenn man bedenkt. Dass so ein Zug in der Realität ein paar Kilometer an Bremsweg hat. Dann war der doch relativ ordentlich hier unterwegs. Und das ist eh auch gerade die Vierertraktion. Da fahren dann die Vierertraktionen sozusagen hintereinander her. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. War der Wunsch hier auch. Stimmt das was ich jetzt sage? Dass die am Gotthard. Sozusagen beschäftigt waren. Oder immer noch sind. Und da die Güter rum transportieren. Ich weiss es jetzt nicht mehr. Da links sehr schön. Oh. Und gleich noch einer. Nett. Gut. Der Zug verlässt uns hier wieder. Und sobald er aus dem Bahnhof raus ist. Können wir uns dann hier. Den neuen noch ansehen. Ja. Und zum Thema Güterstrecke. Ich weiss jetzt nicht. Habe ich es schon mal gesagt? Oder habe ich es nur in einem Kommentar geschrieben? Wenn die Güterstrecke hier voll ist. Und das wird sie dann demnächst mal sein. Dann gibt es noch eine weitere Güterstrecke. Wir haben jetzt sozusagen von links nach rechts gebaut. Wir können natürlich auch noch von oben nach unten eine Güterstrecke hinstellen. Aber wir sind ja jetzt immer noch an der dran. Jetzt gucken wir erst mal diesem Zug zu. Wir werden dann auch mal noch den Personenverkehr wieder ein bisschen fördern. Da steht noch ein Zug an. Ein IC3 zum Beispiel. Das wurde zumindest gewünscht. Es gibt aber auch noch andere Personenzüge, die gewünscht wurden. die, ja, ein Zug der, oder mehrere Züge, die alle Städte anlaufen, die wir haben. Die sind ja sowieso alle miteinander verbunden inzwischen. Aber das gibt dann trotzdem doch noch gröbere bauliche Tätigkeiten. Denn, ja, wenn der Zug hier zum Beispiel auf dem Gleis von hier hinten einläuft und von dem geht der andere wieder raus in die nächste Stadt, dann müssen wir die beiden Gleise noch verbinden. Das ist jetzt bei zwei Gleisen kein Problem. Aber bei fünf, wenn der Zug auf Gleis fünf einläuft und auf Gleis eins wieder raus muss, müssen wir das irgendwie so hinkriegen, dass der wechseln kann. Oder wir bauen dann halt einen zweiten Bahnhof in der Stadt. Das wäre ja auch eine Idee. Cool. Sehr cool. So ein richtiger alter Schweizer Güterzug. Und mit dem Containerwagen sieht das natürlich sowieso auch sehr, sehr nett aus. So, jetzt hat uns irgendwie das Zuggeräusch verlassen. Warum auch immer. Ja, ich denke, wir begleiten den Zug jetzt mal noch ein Stückchen, denn eben ist ein Zuschauerwunsch. Das finde ich immer ein bisschen doof, die Züge aus dem Depot zu ziehen und dann was anderes zu machen. Da gucken wir lieber den Zug noch ein bisschen zu, wie er so Richtung Weisswasser fährt. Und, ja, ich denke, durch Weisswasser durch ist dann eben doch auch immer wieder etwas Spezielles. Aber der hintere Teil des Zuges hat keinen Sound. Kann das sein? Klang zumindest gerade so, wenn man ihn an sich vorbeifahren lässt. Oh, da oben kommt ein anderer Güterzug. Sehr schön. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt, als ich diese Güterstrecke gebaut habe. Da muss ich auch noch einmal mehr Danke sagen an die Kommentare, denn diese Güterstrecke war nicht meine Idee, sondern die entstammt auch aus einer Idee von einem Zuschauer. Mach doch mal eine Güterstrecke, die quer über die Map geht, mit ganz langen Güterzügen. Sehr gute Idee. Danke, danke. So, du solltest jetzt aber langsam losfahren, sonst sehen wir dich nicht mehr, wie du durch Weisswasser durchfährst. Aha. Er hat zwar keinen Sound zu hinterst, aber dafür ist er artig. Er hört, wenn man was sagt. Ja, er muss halt hier unten immer mal wieder ein bisschen bremsen, wegen dem anderen Güterzug. Aber das ist egal. Das ist ein Güterzug. Der darf langsam, der darf bremsen. Der darf eigentlich fast alles. Er soll einfach nett aussehen und schwer wirken. Und das Zug, dieser Zug hier auch. Ja, ich freue mich auch, bis ich endlich dazu komme, hier das Video zu machen, was ich mal angesprochen hatte, wo ich nichts sage, sondern einfach, wo wir uns die Anlage ansehen, mit den Zügen mitfahren, durch die Städte durchrauschen. Aber ja, es ist halt eine Zeitfrage. Ich müsste einfach mal dazu kommen. Wow, guck mal, wie das hier runter geht. Das ist ja echt stark. Sieht man das im Video auch? Also man hat hier auf der Brücke wirklich das Gefühl, dass es hier 30, 40 Meter runter geht. Ja, das ist eine ordentliche Brücke. Ei, ei, ei. So, wir kommen hier richtig. Das müsste Arzfeld sein. Ja, genau. So nach rund 160 Folgen weiss ich es dann auch langsam. Auswendig, was ungefähr wo ist. So, und hier dazwischen gehören noch Bäume. Das habe ich schon gesagt, als wir hier die Gleise verlegt haben. Werden wir noch machen. Aber das sind halt, ja, Detailarbeiten, die wir dann wirklich später mal noch in Angriff nehmen können. Dem Sonnenuntergang entgegen. Sehr schön. Lang ist er. Da kreuzen wir wieder und zwar mit unseren amerikanischen Kollegen. Nett. Ja, Entschuldigung, wenn ich doch die Kamera halt ein bisschen bewege teilweise, aber ich möchte dann doch statt, dass ich in einer Position bin, die mir dann im Moment gerade nicht so gefällt, dann doch lieber ein bisschen korrigieren. So, und jetzt würde ich sagen, lasst uns doch mal noch ein bisschen mitfahren. Nach Weisswasser rein. Ich werde da sowieso wieder mit der Kamerastellung ein bisschen testen müssen, damit wir da ein bisschen mehr als nur drei Frames in der Sekunde haben. Ah, hallo. Weisse Lady. Ordentlich, ordentlich Gleise hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stück. Kann das sein? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Gleise. Wow. Da müsste eigentlich früher oder später mal wieder noch ein Zug daherkommen. Boah, cool hier, die Strasse rüber. Ach du meine Gute, wenn du da dann mal stehst bei acht Gleisen. Wir sind aber doch erstaunlich alleine unterwegs hier. Eigentlich fahren hier doch relativ viele Züge rum. Da oben ist noch einer. So, und jetzt bin ich gespannt, wie performant das in Weisswasser wird. Okay, da kommt noch ein Zug. Dafür verlassen uns die Frames. Was ist jetzt besser? Dann lieber kein Zug. Aber dafür entsprechend Performance. Wisst ihr was? Ich werde mal eindrehen. Da kommt sowieso noch ein Zug. Denn nachher hinten haben wir dann doch ein bisschen bessere Performance. Da kommt die schöne Cargo-Lock. Und wir müssen warten. jetzt geht's weiter. Ja, ich muss noch mal drehen. So geht's besser. Hier runter und dann auf die Brücke rauf. und hinten dann rein nach Weisswasser. Soll ich's mal wagen und mich drehen? Das war das Monats-Update. Das zählt sozusagen nicht. Ja, nee, das ist schon nicht so der Bringer, wenn man da gerade ausguckt. Ich glaube einfach auch, es liegt an den Häusern. Denn jetzt sehen wir zum Beispiel zum Beispiel keines von diesen Hochhäusern und dafür rufelt es auch nicht. Sobald diese Hochhäuser da hinten links, die jetzt dann irgendwann auftauchen, ins Spiel kommen, wird's schlechter. Aha, wir müssen wieder warten. Okay. Machen wir gerne. Wow, Tischeweh. Und ein Holztransport. Da hinten die Busse von Weisswasser, dass es da keinen Stau gibt und eben diese Hochhäuser habe ich gemeint. Ja, wobei, wenn ich jetzt bewege, das ist gar nicht schlimm. Hm, witzig. Da kommt noch ein Güterzug. Das müsste Kohle oder Erd sein. Während der Holzzug wieder geht, der Personenzug links auch. Und wir hier immer noch warten. Ah, okay, da kommt der andere Güterzug rein. Das ist der, den wir ersetzen sollten, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Aber das ist eh gut. Dann fährt der zurück zum Ursprungsbahnhof, zum Ausgangsbahnhof und da haben wir ja auch ein Depot. Dann kann er da rein. Nanu, was machen denn die Autos hier? Äh. Jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie wieder da. Nanu, das habe ich jetzt aber auch noch nie gesehen. Wo kommt das denn her? Ich habe eigentlich nichts gemacht an Mods mit Fahrzeugen. Warum die jetzt hier plötzlich hier rumschweben, das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Das ist dann aber auch nicht verwunderlich, dass es Performance Probleme gibt, wenn hier noch Fahrzeuge in der Luft hängen. Eigentlich reichen die ja auf der Strasse schon. So, und jetzt haben wir fast den Zug hier verpasst. Naja gut, von schwebenden Autos und fahrenden Zügen komme ich zum Schluss dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe natürlich wie immer ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir wieder neue Züge installieren, fliegenden Autos zugucken und ja mal gucken, was sonst noch alles dazu kommt. Danke fürs Zusehen, liebe Leute, bis dann. Tschüss. Zusehen, bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020